Ich will Spongebob zurück! Hohohohoho! Hier! Da nimm ihn! Haben Sie das mit dem Geld gehört? Gehört? Sehr witzig! Mit dem in einer Gesellschaft hört man nicht mal seinen eigenen Gedanken. Ich hatte ihn gerade mal 30 Sekunden. Der Jungfrau-Mann, hier! Quallen angeln da! Den zu behalten ist ein Schicksal schlimmer als der Don! Jetzt ist er wieder dein Problem! Ha 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 ha!